Hallo, ich bin Kron und wie ihr vielleicht wisst, ich programmiere manchmal die Senders-Maps für Paluten. Letztens hat Paluten nochmal eine Map hochgeladen, die meine war. Die heißt One Chunk Map Paluten oder so. Und ja, tatsächlich habe ich Paluten in der Map getroffen und mit ihm gespielt. Ja, das ist quasi das Video dazu. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Am Anfang war ich aber leider nicht in der Map. Ich war quasi AFK, aber später habe ich dann gesehen und gemerkt, dass Paluten in der Map ist. Und deswegen seht ihr nur die letzten 5 Minuten. Aber nur gut, Leute, es gibt eine neue geile Paluten-Map. Also ich weiß nicht, ob sie geil ist, aber sie ist von Kron. Und die Maps von Kron waren immer geil. Hier, Paluten 16x16 Blocks. Kron, als ob, als ob, hier ist, ich glaube, hier ist der Map-Ersteller Kron. Okay, wir müssen jetzt einfach nur in diesem Minecraft-Chunk nach oben kommen. Alter, Kron hat so ein geiles Fahrrad. Let's go. Moin, Kron. Moin, Paluten. Also, ich glaube, das ist, Kron ist der, der die Map hier gebaut hat. Es stimmt, diese Map habe ich tatsächlich selber gebaut. Was geht? Kron, wie komme ich hier hoch? Ja, guck, kann ich auch. Ja, fast, Kron, fast. Okay, jetzt gibst du an. Nein! Ja, warte, warte, Kron. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen nervös, weil hier der Map-Ersteller am Start ist. So, warte, warte, alles gut. So, ich speichere. Warte mal, ich dotze so ein bisschen, damit ich... Mann, jetzt, jetzt kann ich nicht. Kron, guck mir bitte nicht zu, das macht mich nervös. So, warte, jetzt dreh ich nochmal. Ich dreh. Okay, und hoch jetzt. Ja, warte, jetzt schaffe ich. Perfekt. So, Kron, ich bin da. Kron mit seinem Heiligenschein. So, wo geht es jetzt längs? Achso, da unten. Okay, ich habe es nicht genau gesehen. Mann, Kron denkt sich auch nur, Junge, was ist los bei ihm? Junge, was ist los bei ihm? Hopp. Oh, das war guter Sprung. Der war clean. Okay, ich bin direkt hinter dir, Kron. Ja, warte. Ja, das ist jetzt... Ja, 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 fast, fast. Ich mache nochmal kurz. Und jetzt bin ich da. Uah! Es ist aber krass, wie hoch wir mittlerweile sind. Nein! Oder? Warte mal, ich gucke mal hier. Da, ganz unten. Sind wir noch vor wenigen Minuten gewesen. Mann, Kron guckt mich dann auch immer so... Kron! Kron! Echt? Warte, warte, gleich. Ja, ich habe es gleich. So erwartungsvoll guckt er mich an. Warte, Kron. Ich muss kurz einmal drehen. Warte. Ja. Ich brauche ein bisschen... mehr Anschwung. Ja, 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 warte. Ich habe es fast. Ja, bin... Was? Bin da. Hab's. Nein! Warum? Irgendwas zieht mich immer wieder nach hinten. Ja, 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 jetzt bin ich da. Ich bin da. Easy. First try. Ja. Oh. Wo fährt er denn hin? Auf deinen Kopf. Siehst du das nicht? Ich bin da. Erster. Erster. Was muss ich jetzt machen? Ah, warte. Da und dann auf den Diablock oder was? Ah ja, hier runter. Ah ja. Hopp. Perfekt. Also Paluten, eigentlich sollte man da nicht hochgehen, sondern eher hier runter und den Looping fahren. Aber okay. Ja. Hier. Sprung. Hab's. Ah! Okay, ich brauche andere Perspektive. Ich bin bereit. Oh, jetzt denkt sich auch nur so jung, aber ist falsch bei ihm. Ja, bin da. Und Diablock. Let's go! Jawoll! Jetzt kommt noch ein bisschen Live-Audio, als ich die Map beendet habe mit Paluten. Ich hätte nicht was erwartet. Also, ich hab jetzt vier Minuten von diesem Video. Ich hab quasi die komplette Map mit Paluten verpasst. Aber. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Paluten heute in dieser Map treffe. Danke nochmal an Paluten, dass du diese Map gespielt hast. Also. Da hat sich mal wieder die Arbeit gelohnt. Leute, Leute. Fettes Dankeschön geht raus an Kron. Euch natürlich auch ein fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Schaut natürlich auch gerne auf paluten.shop vorbei. Falls ihr diesen Paluten da in Mini haben wollt. Ich hab kurz mein Mikrofon geschlagen. Und Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Und da ist Paluten auch schon wieder weg. Tschüss. 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 Musik Musik